Mit Bayern-Fersen heftet sich Bayer, die im Spitzenspiel den 1. FC Kaiserslautern besiegen. Bayer, die im Spitzenspiel den 1. FC Kaiserslautern besiegen. Michael Ballack, der die Verantwortung sucht. So wollen wir einen Nationalspieler sehen. 2 zu 1, der süße Doppelpack gegen Lauter. Der 4. Strafstoß, der 4. Schütze bei Leverkusen, auch in dieser Kategorie, ist Bayer unberechenbar. Für Michael Ballack war es gegen seinen Ex-Verein wohl die Genugtuung schlechthin. So einen Mann hätte auch der Klub aus Nürnberg gut gebrauchen können.